Eines Morgens, als die Sonne aufging, wachte Miffi auf und war sehr hungrig. Ich hätte gerne ein paar schöne frische Karotten zum Frühstück, sagte sie. Sie sah in der Küche nach, aber es gab keine Karotten. Sie sah im Schrank nach, auch hier waren keine Karotten. Sie sah auf dem Tisch nach, aber auch da fand sie keine Karotten. Wie schade, sagte Miffi, es gibt nichts Besseres als Karotten zum Frühstück. Sie hatte großen Hunger. Da klingelte es an der Haustür. Miffi machte die Haustür auf und vor ihr stand ihre Freundin Poppy Pig. Komm rein, Poppy, sagte Miffi. Ich würde dich gerne zum Frühstück einladen, aber ich habe keine Karotten. Wie schade, sagte Poppy Pig. Hast du auch wirklich überall nachgesehen? Ja, antwortete Miffi. Ich habe in der Küche nachgesehen. Ich habe im Schrank nachgesehen. Ich habe auf dem Tisch nachgesehen. Aber, sagte Poppy, hast du auch in dem Kochtopf auf dem Herd nachgeguckt? Oh nein, sagte Miffi. Ich habe vergessen, in den Topf zu gucken. Die beiden sahen schnell im Topf nach. Aber der Topf war leer. Was für eine Enttäuschung. Jetzt habe ich auch Hunger, sagte Poppy Pig. Ich weiß, was wir tun können. Wir gehen zu meinem Haus. In meinem Garten wachsen viele leckere Karotten. Aber ich bin gestern an deinem Garten vorbeigegangen, Poppy. Und da habe ich keine Karotten gesehen. Poppy lachte. Lass uns zu meinem Garten gehen. Ich werde sie dir zeigen. Miffi wunderte sich. Können Karotten über Nacht wachsen? Sie machten sich zusammen auf den Weg zu Poppys Haus. Jetzt war Miffi wirklich neugierig. Als sie in Poppys Garten angekommen waren, sah Miffi sich überall um. Aber sie konnte keine einzige Karotte sehen. Aber in deinem Garten sind ja gar keine Karotten, sagte Miffi. Miffi war sehr enttäuscht und sehr hungrig. Ich wusste ja, dass sie nicht über Nacht wachsen. Das tun sie auch nicht, sagte Poppy. Aber hier sind Karotten, Miffi. Du kannst sie nur nicht sehen. Poppy bückte sich und zog eine schöne Karotte aus der Erde. Aha, sagte Miffi. Karotten wachsen unter der Erde. Deshalb konnte ich sie nicht sehen. Bitte nimm dir so viele, wie du willst, sagte Poppy. Ja, das ging nicht nimm SO. Så beachig, TagちQuit fez dieser Kleine und sagen. Vielleicht krass. Bitte nimmst den Korven? Bis poi. Also, Schnauze sends ein großes Gehirn anstrengen. Und in dem hier. Dankéquipte. 1-я alles перhegs so vieleестere dwellimensionen. Als sie genügend Karotten hatten, gingen Miffi und Poppy zurück zu Miffis Haus und freuten sich auf ein leckeres Frühstück. Miffi sah aus dem Fenster. Es war ein stürmischer Tag. Die Blätter flogen durch die Luft und fielen auf die Erde. Doch bald kam die Sonne heraus und es hörte auf zu stürmen. Der Tag war wieder hell und freundlich. Miffi holte sich einen Ball und ging nach draußen zum Spielen. Miffi warf den Ball hoch in die Luft. Als er wieder herunterkam, rollte er bis zu einem Baum. Miffi lief, um den Ball zu holen. Und was fand sie da? Ein Vogelbaby. Der Wind hatte es aus seinem Nest geschüttelt. Es konnte noch nicht einmal fliegen. Oh je, sagte Miffi. Das arme kleine Vogelbaby braucht Hilfe. Aber was kann ich tun? Miffi trug den kleinen Vogel vorsichtig ins Haus und zeigte ihn ihrer Mutter. Wie kann ich dem armen Vogelbaby helfen? Ich glaube, der Wind hat es aus einem Nest geschüttelt. Es muss verletzt sein. Die Mutter sah sich den kleinen Vogel an. Ich glaube, es geht ihm gut, Miffi. Oh, wie schön, sagte Miffi. Darf ich ihn behalten? Ich wasche ihn und füttere ihn und mache ihm ein kleines weiches Bett. Aber Miffis Mutter sagte, Ich glaube, unser Haus ist nicht der richtige Platz für den kleinen Vogel. Er braucht seine Mutter. Sie wird ihn sicher schon suchen. Sie gingen hinaus und da sahen sie die Vogelmutter. Sie flog immer wieder um den Baum herum und suchte ihr Vogelbaby. Wir müssen den kleinen Vogel in sein Nest zurückbringen. Er ist zu jung, um alleine da hinauf zu fliegen. Sie setzten das Vogelbaby vorsichtig ins Gras und gingen ins Haus, um eine Leiter zu holen. Plötzlich zwitscherte der kleine Vogel und machte einen kleinen Hüpfer. Und dann? Und zwei kleine Hüpfer. Er versuchte zaghaft, mit seinen Flügeln zu schlagen. Dann machte er wieder und schlug wieder mit seinen kleinen Flügeln. Miffi und ihre Mutter kamen mit der Leiter zurück und lehnten sie an den Baum. Da machte der kleine Vogel wieder. Er bewegte seine Flügel immer schneller und begann zu fliegen. Er flog rundherum und immer höher bis in sein Nest. Der kleine Vogel ist ganz alleine in sein Nest geflogen, sagte Miffi. Guck mal, die Mutter ist auch wieder da und ihr Baby ist gesund und munter. Miffi und ihre Mutter trugen die Leiter wieder ins Haus zurück. Und die Vogelmutter war froh, dass ihr Baby wieder bei ihr war. Miffi spielte im Garten mit ihrem Ball. Da kam Grunty angelaufen. Grunty war Poppy Pigs Nichte. Miffi, Miffi, rief sie. Hast du Lust, versteckt zu spielen? Das ist ein tolles Spiel, Grunty, sagte Miffi. Aber wir sind nur zu zweit. Wir brauchen mehr als zwei Personen, um versteckt zu spielen. Guck mal, Miffi, da ist Schnuffi. Lass uns Boris und Barbara fragen, ob sie mitspielen wollen. Dann sind wir zu viert. Und Schnuffi kann uns beim Versteckspielen zugucken. Sie gingen zusammen in den Wald. Und bald kamen sie zum Haus von Boris und Barbara Bär. Hallo Boris, hallo Barbara, sagte Grunty. Habt ihr Lust, mit uns Versteck zu spielen, wenn ihr mit eurer Arbeit fertig seid? Oh ja, gerne, freute sich Boris. Wir haben genug Holz gesägt und jetzt können wir mit euch Versteck spielen. Lasst uns anfangen. Wer will suchen? Nein, Schnuffi, sagte Miffi. Das ist ungerecht. Mit deiner Spürnase findest du uns zu schnell. Aber es macht dir sicher auch Spaß, uns zuzugucken. Ich suche als Erste und ihr könnt euch alle verstecken. Miffi drehte sich um und fing langsam an, bis zehn zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Miffi machte die Augen wieder auf und rief, ich komme. Dann fing sie an zu suchen. Schnuffi lief zu einem Baum und fing an zu bellen. Boris kam hinter dem Baum hervor. So geht das nicht, Schnuffi, sagte er. Miffi sollte uns finden, nicht du. Dann kamen auch Grunty und Barbara aus ihrem Versteck. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen, sagten sie. Ja, sagte Miffi. Und du sollst nicht suchen, Schnuffi. Und du sollst nicht bellen. Du musst ganz ruhig sein. Ich muss die Verstecke finden. Miffi drehte sich wieder um und machte die Augen zu. Boris, Barbara und Grunty liefen los, um sich wieder zu verstecken. Diesmal saß Schnuffi ganz still. Ich komme, grunty. Ich komme, rief Miffi. Sie guckte hinter jeden Baum. Ich kann dich sehen, Boris. Ich sehe dich, Grunty. Sie suchte weiter, aber sie konnte Barbara nicht finden. Wo konnte sie sein? Ich habe hinter jedem Baum nachgesehen, sagte Miffi. Hoffentlich hat Barbara sich nicht verlaufen. Jetzt kannst du uns helfen, Schnuffi. Such Barbara. Schnuffi lief sofort zu einem Baum und fing an laut zu bellen. Aber da war Barbara auch nicht. Schnuffi hörte nicht auf zu bellen. Sie sahen nach oben. Und da war Barbara, ganz hoch oben auf einem Ast. Was für ein tolles Versteck, sagte Miffi. Ohne Schnuffi hätte ich dich nie gefunden. In Miffis Klassenzimmer war eine leere, weisse Wand. Miffi meldete sich und fragte die Lehrerin, wäre es nicht schön, wenn wir die Wand mit ein paar hübschen Bildern schmücken würden? Wir können etwas malen und die Bilder dann an die leere Wand hängen. Das ist eine sehr gute Idee, Miffi, sagte die Lehrerin. Sie gab den Kindern Papier, Bleistifte und Farben. Und bald waren alle Kinder fleißig am Malen. Miffi malte eine Blume. Melanie malte viele hübsche Muscheln. Und Aggie einen Fisch. Winnie malte ein Boot mit vielen Fahnen. Sie malte die Fahnen rot, gelb und blau an. Ich weiß nicht, was ich als nächstes malen soll, sagte Melanie, als ihr Bild fertig war. Ich auch nicht, sagte Winnie. Aber wir brauchen noch viel mehr Bilder für die große Wand, sagte Miffi. Kommt Kinder, sagte die Lehrerin. Es ist so ein schöner Tag. Nehmt eure Malsachen und lasst uns rausgehen. Seht euch nur um, es gibt so viel, dass man malen kann. Die Kinder schauten auf dem Spielplatz umher. Miffi fand noch ein paar bunte Blumen, die sie malen konnte. Melanie malte ein Bild von einem kleinen roten Schmetterling. Und Winnie von einem großen Baum. Es gab wirklich viele Dinge, die man malen konnte. Sie waren alle sehr fleißig und bald hatten sie eine Menge schöner Bilder. Die Lehrerin freute sich über die schönen Bilder. Aber würden sie alle an die Wand passen? Wir müssen die Bilder so dicht wie möglich nebeneinander hängen, damit sie alle an der Wand Platz haben, sagte sie. Aber es waren einfach zu viele. Einige Kinder waren enttäuscht, weil für ihre Bilder an der Wand kein Platz mehr war. Melanie meldete sich. Ich habe eine Idee, sagte sie. Wir können doch jeden Tag andere Bilder aufhängen. So kommen sie ganz bestimmt alle einmal an die Wand. Das ist wirklich eine gute Idee, Melanie, sagte die Lehrerin. Das werden wir tun. Dann können wir sogar noch mehr Bilder malen. Alle Kinder freuten sich. Miffi sagte, jetzt macht es sogar noch mehr Spaß, zur Schule zu kommen. Und das tat es auch. Denn jeden Tag hingen andere, wunderschöne Bilder an der Wand. Miffi und Melanie spielten im Garten vor Miffis Haus mit einem schönen, bunten Ball. Sie warfen ihn hin und her. Melanie warf den Ball hoch in die Luft. Und Miffi konnte nicht sehen, wo er wieder heruntergekommen war. Miffi suchte den Ball. Da entdeckte sie hinter einem Baum ein Ei, ein blaues Ei. Wie schön, sagte Miffi. Sie dachte nicht mehr an den verlorenen Ball. Staunend betrachtete sie das kleine, blaue Ei. Was mag da drin sein, Melanie, sagte Miffi. In dem Moment kam Poppy Pig vorbei. Oh, das ist ja ein blaues Ei, sagte Poppy. Bekommt man nicht blaue Karotten aus blauen Eiern? Das glaube ich nicht. Karotten kommen nicht aus Eiern. Meine Großmutter hat mir erzählt, in blauen Eiern stecken blaue Socken, sagte Melanie. Das ist nicht wahr, sagte Miffi. Socken kauft man im Laden. Die Vögel legen Eier. In einem von diesen Bäumen muss ein Vogelnest sein. Melanie sah nach oben und sah ein Vogelnest, in dem ein dicker roter Vogel saß. Miffi überlegte, kann ein blaues Ei von einem roten Vogel kommen? Poppy sagte, ich bin rosa und meine Mutter und mein Vater sind auch rosa. Melanie sagte, ich bin braun und meine Mutter und mein Vater sind auch braun. Vielleicht ist das bei Eiern anders, sagte Miffi. Denn die gelben Küken kommen ja auch aus weißen und braunen Eiern. Poppy Peek hob Miffi hoch und sie legte das blaue Ei in das Nest mit dem roten Vogel. Die rote Vogelmutter setzte sich auf das Ei und zwitscherte ein fröhliches Lied. Poppy hatte den Ball gefunden. Jetzt konnten sie zu dritt weiterspielen. Sie lachten viel und hatten großen Spaß. Plötzlich hörten sie etwas, das klang wie das Zwitschern eines Vogelbabys. Und dann sahen sie ihn, den kleinen roten Vogel in seinem Nest. Und Miffi dachte, es sieht also doch nicht alles von innen genauso aus wie von außen. Ich wusste natürlich, dass Karotten nicht aus Eiern kommen, Miffi, sagte Poppy Pig. Und blaue Karotten gibt es gar nicht. Ich habe nur Spaß gemacht. Aber wir wissen jetzt, dass kleine rote Vögel aus blauen Eiern schlüpfen können, sagte Miffi. Und das ist wirklich eine Überraschung. Miffi, 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 komm, deine Freunde warten schon. Schnuffi, Grunty, Boris Bär, Poppy Pig und viele, Mia und zusammen gleich.